Digger, ich sage, ich sage 20 plus, Alter, ich sag's dir, komm, let's go. Guess her age, der Chat darf natürlich hier absolut ungerne mitraten. Sympathisch. Also, wir spielen eine Runde guess her age, liebster Chat. Hab ich bei Sascha gesehen, musste ich nachmachen. Fangen wir direkt mit an, ihr dürft gerne hier wieder reinschreiben, ihr dürft mitraten, Leute. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dieser wunderbaren jungen Dame hier, Leute. Guess her age. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 plus. Also, ganz ehrlich, ich würde sagen, die ist 19 oder sowas, Digger. Was sagt ihr, Chat? Ich sehe vielen 17, 17, 17. Ich gehe mit 19, Leute. Die wird 19 sein. Die ist 19, oder? Ja, komm, machen wir mal next. 17. Okay, ist in Ordnung. Ist vollkommen fein. Absolut im Rahmen, Digger, ne? Also, klar, ich sage es, wie es ist. Ich hätte reingeschissen, weil es wäre illegal gewesen. Aber dann ist es halt so, ne? Ähm, ja. Tobi? Ja? Willst du mitraten? Ich gucke gerade in den Stream mit rein, ja? Okay, du siehst das nächste. Warte, aber ist es extra so ein minderjähriges Quiz, oder? Das ist von, das ist von, äh, von diesem Young Alpha erstellt worden. Kennst du den? Ich mache mal ganz kurz einen Song an, als Referenz, damit ihr wisst, welchen Musiker ich meine. Die ist 16, Digger. 16, Digger, die ist 14. Ich sage es hier, wie es ist. Die ist 14. Passt ja. Also, ich würde sagen, Digger, die ist, ich sage 15, Tobi. 15? Einig, wo du sagst 15? Mach 15, meine Entscheidung steht. 14! Was? Ja, okay. Okay, hätten wir denken. Ja, gut, Digger, die ist ja, also die ist ja safe. Die ist ja safe, älter 20. Ne. Ne? Das ist ein Trick. Meinst du? Die ist 17, Digger. Nein, die ist über 20. Das ist ein Trick, glaube ich. Die ist über 20. Ja, also, sie sieht so aus, ja, aber warum sollte sie... Kann ich nicht beurteilen, muss ich nackt sehen. Das ist der Satz, der you all ins Gefängnis gebracht hat, Leute. Wenn du gleich links oben grün leuchtet, dann willst du es nicht mehr sagen, was du gerade gesagt hast. Ich sage, ich sage 20 groß, Alter. Ich sage es dir. Komm, let's go. Was denn? Oh, 15. Oh, Gott, Digger, du bist im Knast. Du bist so im Knast, Digger. Ab in Knast, Alter, ab in Knast, Digger. So, guess her age. Also, wirklich, Digger, die würde ich auf der Straße ansprechen. Ich sage es dir, wie es ist. Uff. Würdest du, also nein, würdest du echt? Ich weiß es nicht. Also, ich würde mich nicht trauen, weil sie so schön ist. Die ist ja schon... Sehr hübsch. Verliebt. Die ist sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Deshalb ist die bestimmt 19, Tobi. Oder 18. 18 wird die sein. 18 wird die sein. Ich sage wieder 17. Ich sage 18, 17. Okay. Ich sage mal so, ich hätte ein paar schräge Blicke bekommen. Wäre auch blöd gewesen. Aber ich hätte gesagt, hey, wir warten die paar Monate, bis was passiert. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen. 14. Ich sage 14. Ich sage 15. 15. Was sagst du, Tobi? 15. Komm. Ich sage 19. 15. Ja! Du kommst ins Gefängnis. Du kommst ins Gefängnis, so pädophile Schwein. Rein in den Knast. Ja, du, Tobi. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Boah. Also, das ist... Digger, okay, ja. Digger, Big Mac, weg mit dem. Die seh... Ach, die hat was Spezielles. 14. Ach, weil ich kann eigentlich... 14. Digger, warum... Lieber mal ein bisschen jünger als älter. Lieber mal ein bisschen jünger als älter, Digger. Da kann ich auch direkt sagen, wieder... Gut, ich sage 14. 17. Hm. Habe ich es nicht gesagt? 16. Chat, was sagt ihr hier? Was sagt ihr? Boah, die ist doch 19. Meinst du? Ja, 19. 19, Bro. Ne, niemals. Niemals ist die 19. Doch. Nein. Die hat eine Kette an. Ja, und? Die ist 15. 16. Ich sage 16. 15 sagt der Chat ganz oft. Ich sage mal 16. Ein Klein Krause hat gesagt... Mein Mod sagt 16. Klein Krause ist schon oft mit Minderjährigen... Ist ja auch egal. Loll? Ich sage 16. 14! Oh mein Gott, Digger. Ich wäre so hops. Kann ich nicht sagen, Digger. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Die ist jung. Die ist jung. Die ist jung. Wir gehen auf 14, oder? 14, 15. 14 sage ich dir. Jetzt ist die 20. Pass auf. 14. 10er Junge. Wenn die... Ja, okay. Die ist jung. Ins Herz. Wenn die nicht 14 oder 15 ist... Ne, das ist wieder gebaited. Die ist jetzt 20 plus. Ich sage es dir. Ich sage es dir. Meinst du? Dann mach 18. 18? Die sieht aus wie 14. Die wird auch 14 sein. Die wird 14 sein. Die wird 14 sein. Wir gehen auf 15 in der Mitte. 14 ist sie. Siehst du? Sehr gut. War richtig. Die sah wirklich aber auch sehr jung aus, muss man sagen. Auch relativ jung. 16. 16. Mehr gebe ich denn nicht. 16 ist das Letzte, was ich ihr gebe. Na, vielleicht 15 sogar. Wir reden hier nicht über Zentimeter. Ist ja auch egal. Next. 15. Okay. Ist immer noch gut. 7, 8, 19, 19. 19, Digga. 19. Chat, was sagt der? 18. Die hat Führerschein. Woher weißt du das? Hast du die gesehen? Mit dem Auto, wie sie fährt? Hast du gesehen, wie sie mit dem Auto fährt? 20 plus sagt ihr. 17, 18 sagt der Chat. 18, 18. Wir sagen 18, Leute. Wir gehen rein. 18. Ist legal. Hab ich gesagt, ne? Weil die Führerschein gemacht hat bei mir in der Barstuhl. Die hat Pursing. Die wird 14 sein. Die ist so eine richtige... Die ist so Cheyenne-mäßig, weißt du? Die kommt, die kommt, Dings, Neukölln-mäßig unterwegs, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Das ist Sarah, Lara und Tamara. Ich würde sagen, 15 ist die. Ja, 17. Die ist 15. Zehner, dass die 15 ist. Okay, Tobi? 3, 2, 1, 14. Wir haben beide verloren. Mal bei der nächsten wetten wir jetzt einfach um 5 Euro. Weiß ich nicht. Oh Gott, Digga. Das ist so schwer. 14. 15. Ich sag 15. Du musst eine andere Zahl sagen. 17. Wer näher dran ist, gewinnt, ne? Okay. 16. Du gibst mir 5 Euro. 14, 14. Ne, ja doch. Ja! 5er, ja. Ich bin näher an 14 dran als du. Ich hatte 15 gesagt. Die ist... 19. Nein. Man denkt es. Die sieht nur sehr jung aus. Ach, das ist dieser Tick. Die ist 19. Ja. 18. Siehst du? Hey! 3 von 15 antworten richtig. Ist sehr gut. Nicht. Eigentlich schon stark. Wir sollten noch eins machen, Tobi. Wir sollten noch eins machen. Tobi, du siehst die Bilder hier, ne? Mhm. Wir fangen mit der ersten an. Kann man nicht flippen. Nächste. Äh... Die blonde. Ich sag 13. 21. Ja, okay. Hätte man denken können. Nein, 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 nein. Doch. 17. Junge, 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 junge. Nein, Alter. Nee, 17. Die kenn ich. Die da unten? Ja. Die war eben auch da. Ja. Die war eben auch dabei. Echt jetzt? Mhm. Oh. Okay, ich hab vergessen. Die ist... Tobi, ich sag's so, wie es ist, ne? 15. Die ist maximal 15. 15. Hey! Woo! Wir sind beide nicht im Gefängnis. Schwierige Nummer. Schwierige Nummer. Jetzt ist es nämlich noch härter, weil man keine Auswahlmöglichkeiten hätte. Jetzt ist es wie IRL. Was für ein dummer Vergleich. Was für ein dummer Vergleich, wirklich. Kranke Augen. Mhm. Auch Augenbrauen hat die auch, siehst du? Und Zähne auch, Zähne. Und Hintergrund ist auch unscharf. Ich sag... Ja, Digga, 16. Ich sag auch 15. Komm. 24. Ich dreh durch. Ich bin fast dran. Ich dreh durch. Alter, man... Also, das ist ja auch... Es ist ja unglaublich schwer, Digga. Ja, dann wird die... Also, die ist mindestens 18, Tobi. Die Blonde jetzt hier. Die ist 18. Wenn ich sogar 19. Ich sag 16, Digga. Weil es wieder so ein Bait ist. Meinst du? Ja. Ich sag 18. 19. Ja. Ja, ich weiß, Leute. Dünnes Eis, aber... Du weißt, wo du rein darfst, ne? Ich... Sorry. Das kann ich gar nicht bewerten, war? Ich sag, die ist... Die ist 13. Ich sag, die ist 13. Ich geh... Ich stapel richtig tief. 19. Ich sag richtig tief. 13, Digga. Die wird jung sein. Die ist 19. Digga, ich bin ein Profi. Nein, du bist kein Profi. Du bist einfach nur ein Kinderschänder. Oh, hey, hey, hey. Die ist auf GV und P. Also, Leute. Die wird... Ja, Digga, die ist schon über 20. Nein, 16. Meinst du? Ja. Wegen Sonnenblumen, ne? Auf dem Handyhülle. Ja. Viele wissen das nicht. Ja. Was? 26. Ich hab gesagt über 20. 26, Tobi. Du hast gesagt 19. Boah. Boah, Junge. Deshalb immer mit über 30-Jährigen schlafen. Wenn man sich... ...mit sich immer Omas knallen. Dann ist man safe. Könnte aber auch einfach eine mit Benjamin Button-Syndrom sein. Man weiß es nicht. Guter Lifehacker an der Stelle. Ähm, 14. Ich sag 14, Tobi. Ja, doch. Ne? Ja. Ja, 14 waren wir beide richtig hier. Da drunter die Dame. Wir sind gut, Leute. Wir sind gut. Die ist, ähm... Das ist schwer, ne? Aber ich glaub, die ist 16 oder 17. Ich würd sagen, die ist 15. Weißt du, woran man das sieht? An einem Gesicht. Augenbrauen. Augenbrauen. 15. 14 ist sie. Du bist ins Gefängnis. Ja, rein da. Die hatten wir eben schon. Wie alt war die? Sag's nochmal. Die hatten wir schon. Du bist gut im Gesicht am März. Die sind also Kim Kardashian. Das ist Kim Kardashian. Die ist 39. Ich sag 39. Ist 15. Weiter geht's. Ähm... Die ist... Boah. Die ist an so'n Pool. Ähm... Tritt keinen Schmuck. Bisschen geschminkt. Lippen gemacht. Über 20. Ich sag 18. Ich sag 17. Ich sag 18. Über 20. Die ist 18. 18, Digga. Ich bin drin. Digga, du darfst... Jedem, die du richtig errätst, darfst du. Außer diesen 14. Nein. Ja, nee. Ist ja kein Kriegel. Ist ja kein Kriegel. Ist ja kein Kriegel, Bro. Die Dame, Tobi. Da sag ich's dir. Ich sag's dir so, wie es ist, ne? Ja, Digga. Die ist... Die ist 13. Die ist 13. Ja, ja, ja. Chat, hört auf. Die ist 13. Ich sag's euch. 15. Ja? Aufpassen. Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist einfach die Freundin von Meister Skorpion. Als Kind. Die ist 15. 16. Maximal. Tobi, komm. 16. 16, ne? 16, ja. Wir sind gut, Tobi. Wir sind gut. Gut dabei, Digga. Das ist Lisa und Lena. Lisa, Lena. Ist das Lisa, Lena? Wie alt sind die? Sind die schon 18? Nee, ne? Sonst wäre schon irgendwas komisches von denen. Ist egal. Sind die noch nicht 18? Nein, die sind nicht. Die sind gerade noch 12. Die sind nicht über 18. Oh, dann muss ich ganz kurz weg. Lisa, Lena. Sind die schon 18? Die sind nicht 18. Die sind 17. 17. Nein, Digga. Nein. 14! Was? Was? Nee, die sind nicht 14. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die haben ihren 17. Geburtstag dieses Jahr gefeiert. Alles gut. Alles gut. Hab gerade gegugelt. Nee, nee, nee. Du bist wusig. Warst du da? Was war ich da? Junge, ich war ein Gugel. Warst du auf dem Geburtstag? Ja, war ich tatsächlich. Was hast du da gemacht? Ich hab Lisa alles Gute gesagt und bin dann nach Hause geschaut. Und Lena nicht? Der nicht, weil die hatte nicht Geburtstag. Ah, okay. Ach, warte mal, die haben doch alle am selben Tag, oder? Ja, ja, die Mutter auch. Wie reich sind Lisa und Lena? Nee, sie ist nicht aktuell, die sind 18. 2 Millionen Euro. Das, Tobi, die. Boah, mir schwindel ich gerade, ne? Wirklich. Die ist. Oh, die ist ja 18 geworden, jetzt sagen sie es. Okay. Ja? 18 ist die. 20. Leute, wir sind gut. Tobi, wir sind gut. Wir sind wirklich gut. Ich meinte eigentlich Lisa und Lena. Wir sind gut, wir sind. Leute, wir sind. Gute Menschen sind wir. Gute Menschen sind wir. Gute Menschen sind wir. Gute Menschen sind wir. Deswegen wissen wir. Gute Menschen sind wir. Wirallenaremheim. 20. Vielen Dank.